Hallöchen Leute, ich bin Pjör Mark und herzlich willkommen zu Daddysh. Ihr fragt euch was das ist? Tja, ihr werdet es gleich erfahren. Hier, das ist auf jeden Fall mal die Hauptattraktion in dem Spiel. No. Der ist so cute, oder? Das ist nämlich Daddysh und also statt Raddysh natürlich. Das ist kein Radieschen, sondern Papaischen. Okay, das ist auf deutsch nächste Suppe. Aber, ohne Fall kein toller Reimann. Was erwartest du also von mir? Na, von mir aus, das schaffe ich. Damit können sie bei Mario World Frieden wechseln. Ihr wisst schon. So, ich hoffe oben rechts ist keine Anzeige oder so. Daddysh ist eingeschlafen und da fliegt ein Ballon bei den ganzen... The children... Äh, nein. Childrish... Vorbei. Und die rennen dem Ballon natürlich nach. Macht Sinn, ja. A Barrow Woods. Weltans. Aber wir sind zwar mit dahinter innen, also sollte das nicht so schlimm sein. Mhm, mhm. Wir müssen natürlich erstmal aus dem Boden kommen. Ich weiß nicht, warum wir im Boden sind, wenn wir gerade unsere Kinder verfolgen. Aber macht ja nichts. L. Stick. Bewegen. Äh, ich... Solche Jump'n'Runs spiel ich lieber mit Steuerkreuz. Aber das funktionieren dann super tollerweise auch. Na, kleine Vögelchen sind ja auch am Start. Mit A können wir springen, dann können wir den Vogel auch bei ihr jagen. Perfekt. Sind wir mit X spreng ich ja eigentlich. Hallo, gibt's da einen Geheimgang? Da seh ich doch, da komm ich genau durch. Nö. Okay. Und da haben wir, glaub ich, unseren ersten schweren Level schon geschafft. Und unser erstes Child wiedergefunden. Hi Dad, he found me. You hadn't really gone very far. Out of all your children I'm definitely the laziest. Good to know. So. Ja. Dann machen sie unseren Freunden tanzen und fliegen auf wie Kirby. Okay. Das ist eine tolle Mischung zwischen allen Spielen. Okay, cool. So. Double Jump. Oh ja, das hab ich ja unabsichtlich schon rausgefunden. Dass wir das machen können. Äh, ja. Ein kleines Jump'n'Run-Spiel. Ich liebe Jump'n'Runs. Und... Flugdings. Haben wir das in Polen hier? Das Ding. Und... Jo. Ich freu mich das anzuschauen. Bis jetzt find ich's echt super liebevoll gemacht und so. Also, ja. Das Teil gefällt mir natürlich auch. So, 16-Bit und 8-Bit je nachdem. Oh wow Dad, I didn't know you could double jump. Well, I wouldn't have to double jump if you just stayed at home like you were supposed to. Double Jumping is so cool. Äh. Okay, das hab ich selbst gemacht. Kann ich machen müssen. Stimmt. Double Jump'n ist echt super. Wenn ich das könnte, dann puh. Also dann würde ich ab und zu double jump'n. Ja. So. Okay. Gut. Ähm. Stacheln also. So. Was passiert wohl, wenn wir in diese Stahlen reinhüpfen? Oh. Dann wären wir ganz bleich und... Da gibt's eine coole Screen Blender. Und dann sind wir auch mal wieder am Start. Genauso wie im Real Life. Okay. Das ist eine Plattform, die sich rauf und runter bewegt. Wie können wir diesen Stern wohl erreichen? Mit einem Doppelsprung, den wir gelernt haben natürlich. Und ich glaube, hier brauchen wir Schlüssel. Tatsache. Ist ja fast wie was über Meat Boy hier. Hallo. Ich schau mich jetzt mal darum, ob da ein Geheimgang ist. Aber nein, wir haben ja schon unseren tollen Stern. Gab's in den ersten Level so einen Stern? Ich bezweifel's. Hey. W-what? Get out. Excuse me. This is a no dead zone. Get lost. That's it. You're grounded, mister. Sorry. Oh man. Okay. Traumhaft. Plopp. Ah, ich will dorthin. Ah. Okay, da komme ich wahrscheinlich gerade her. Eine Kiste, die ich verschieben kann. Ah. Wohin? Auf die andere Seite hätte ich schieben müssen wahrscheinlich. Aber na gut, dann machen wir's halt so. Da wird's sicher auch eine Möglichkeit geben, reinzukommen. Okay. Das ist ein Zeichen von mir oben. Dann muss ich... Aha, wir müssen einfach nur beide Knöpfe drücken. Okay, und dann haben wir da unten auch eine Kiste. Und was wir mit dieser Kiste machen... Aha. Aha, der fliegt wieder runter in die Stacheln ran. Okay. Puder, wir wollen den Stern natürlich auch haben. Die dürfen wir natürlich noch nicht unsere Kinder retten. Erst nachdem wir den Stern gesammelt haben. Wella, so meint das auch immer, wenn ich meine Kinder rette. Du hast den Stern holen und dann... Geh nochmal zurück. What are you even doing here? Having the time of my life. Okay, well, that's good I guess. But it's time to go home now. Okay, that's cool. Having the time of my life is exhausting. Ja... Ebenso wohl. Sowieso um rechts hat es eigentlich eine Anzeige. Ne, das ist eigentlich nichts eine Anzeige. Ne, das ist nichts eine Anzeige. Ich komme hier nicht drauf, Leute. Ich komme hier nicht drauf. Wow, das ist natürlich krassig. Mitten im Wald. Oder wo sind wir gerade? Ich habe schon wieder vergessen. Hä? Warum bin ich jetzt runtergefallen? Ich habe nichts gedrückt. Kann ich hier wieder durchfallen? Ich kann mit allen Knöpfen springen. Ne, eigentlich. Ich drücke alles, aber ich kann nicht dort durchfliegen durch das Ding. Keine Ahnung, warum ich es gerade gemacht habe. Das war unabsichtlich. Kann ich da einfach runter? Das sieht gefährlich aus. Aber wahrscheinlich ist da ein Boden unten. Weil ich muss ja auch da unten irgendwie was aktivieren. Das ist ein Knopf hier, genau. Ja, okay. Den Stern, das ist auch nicht so schwer zu bekommen. Da haben wir so ein rotes Trampolin wie bei Sonic. Also ihr seht das jetzt gerade nicht, weil es unter dem Bildschirm ist. Unter dem Bildschirm? Nicht runter scrollen, aber macht ja nichts. Ich habe das ja vorher gesehen. Oh, es funktioniert nicht mal, wenn es nicht im Bild ist. Okay, da falsch nicht. Oder ich habe es schon kaputt gemacht. Ach, ich habe keine Ahnung. Ich tue mal was da. Ich sehe da nichts. Okay. Hi Dad, are you about to tell me to come home? Yes, I've been very worried. Oh, me too. What do you mean? I'm constantly and deliberately putting myself in terrible danger. I pretend I'm doing it for thrills, but really I just want attention. Neat. Okay, da ist deine Attention und jetzt muss ich leider weiter zum nächsten Children-Kind-Dingens hier. Mhm. Ein gefährlicher Stern hier oben. Und was hier? Wo ist das so ein Kuppenschatz-Zementblock in der Wand eingearbeitet? Ja. Strange. Aber na gut. So. Got it. Hm. Warten wir lieber aufs Nächste. Hm. Hm. Ich bin ein geduldiges Sardins. Geduldiges Radieschen natürlich. Das wisst ihr natürlich alle von mir. Jeder, der schon länger Abonnent bei mir ist, ist das, dass ich ein geduldiges Radieschen bin. Hm. Naja gut. Ich glaube, wir haben sonst hier nichts mehr zu tun. Bo. Okay. Hi Dad. Isn't this place great? I don't know. It's full of spiky, dangerous stuff. I know. So cool. Oh. Ah ja. Hm. Kinder. Nee. Ich finde alles toll, was gefährlich ist. Oder? Oder? Ja. Doch. Oh. Ich mach mal alles kaputt. Wird schon passen. Aha. Uhhh. Okay. Das Flappy Bird hier gerade dran. Wie darf ich das verstehen? Okay. Das ist nicht so schön. Gut. Also wenn ich die Dinger berühre. Okay. Passt. Okay. Wenn ich die Stachelkugeln berühre, werde ich wahrscheinlich wieder bleich. This cave is my new home. I live here now. No you don't. Yes I do. No you don't. Okay. Sorry. Tja. Okay. Also das hat was an Überzeugungskunst gebraucht. Aber wir haben es überredet, unser Kind wieder mit nach Hause zu kommen. Nicht in so einem neuen, ähm, so einer dunklen Höhle zu bleiben. Ich muss da wieder zurück. Nein. Okay. Dann kann ich ja alles zerstören. Das ist kein Problem. Dann kann ich mal einen Doppelsprung nutzen, glaube ich. Das brauche ich wahrscheinlich gar nicht. Aber egal. Nutzen wir den einfach mal. Wenn wir schon haben. Ne. Alles nur kleines Vögelchen. Ich muss hier... Ich muss hier lang. Was ist hier los? Aha. Hm. Okay. Sieht gut aus. Ähm. Das ist halt mal ein unniederliches Kind, ne. Das schaut halt so aus. Oh, ähm. You're not one of my kids. Ja. Ihr habt das hier gehört. Das muss ich nicht nachmachen jetzt. Oh mein gosh. Ähm. Aber wir wollen es trotzdem was gefunden zu haben. Natürlich. Plopp. Okay. What was that about? What was that about? Okay. So. Also. Hier. Die brechen natürlich auch runter. Kein Problem. Dann komme ich nicht mehr an den Stern ran. Ah. Clever. Clever. Da ist ein Burger mit einem Stachel am Kopf. Stacheln ohne Burger am Kopf sind schon gefährlich genug. Und der Burger hat einen Stachel am Kopf. Tja. Den will ich mich nicht anlegen. Mal schauen, wie ich da rüberkomme. Wie ein Profi hier. Der ist Profi. Wie sieht das aus? Natürlich knapp im Westen. Aber doch. Ist da oben noch ein Stern dran. Wir haben ja schon einen. Los. 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 Pusserbetschiffen will ich auch nicht. Wird mal eh irgendwann passieren. Aber. Oh. Checkpoint. Krass. So ein Wurstlevel oder so. So. Mhm. Mhm. Da haben wir schon wieder so eine Plattform. Da müssen wir dann. Ne. Müssen wir nicht nochmal extra warten. Jetzt machen wir alles gleich so. Mit Doppelsprung und so. Dann kann man das gleich alles. So. Dann können wir ja schon hier warten. Perfekt. Kann man dann gleich rauf. Natürlich. Uah. Ja. So. Von der Krass hier lassen wir uns nicht erflaschen. Natürlich. Unsere Kinder sind nicht erhältst. Ne. Also das ist. Das ist jetzt wohl kaum noch zu leugnen. So. Okay. Warum musste ich das unbedingt so öffnen. Statt einfach runter zu gehen. Oh. Hello. What's your name? Hi. I'm Burgurglar. 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 Wahrscheinlich war das so. Third henchman to Lord Durnak. What a nice name. Hi Burgurglar. I'm radish. I'm actually looking for my kids. You haven't happened to seen any smaller radishes around here, have you? You will never reach Lord Durnak. Prepare to die. So. Äh. Is that a no? Ähm. Okay. Der hat keinen Stachel am Kopf. Aber ich denke einfach mal. Ich muss versuchen den da runterfallen zu lassen. Klasse. Hat geklappt. Coole Turnschuhe. Echt radical. Oder wie die Kids heutzutage sagen. Geht er nur das auf oder das andere Ding auch? Alle nur das. Okay. Na dann entschuldige mich mal kurz. Ach der fliegt trotzdem mal ran. Okay passt. Das ist vielleicht sogar easy oder so. Wie der Tag verbaust du? Ups das war zu spät. Darf ich mir deine Schuhe mal genauer anschauen? Aaaaaaaaah. Drei Hits. Okay. Sieht gut aus. Oh nein. So eine Schuhe. Die wollte ich doch haben. Wie. 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 So. Leider hat der Klammels meine Kinder gesehen. Warum? Nom 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 nom. Burger Burger haben wir besiegt anscheinend. Ja. Wir sind einfach zu gut. Oh. Da ist er doch jetzt. Oh wow. You beat that weird hamburger guy. Look. I don't exactly feel good about it. You seemed like a pretty nice guy. He tried to kill you. I mean. Yeah. I guess you did. But. Well. I'm just glad you're okay. Oh man. Me too. Thanks dad. Kein Problem. Dafür bin ich ja ein Dad. Oder? Dass ich euch hier beschütze. World 2. Strando Beach. Ah ja. Hey. Unsere Gurrius. Dingsfernchen da. Sind das die selben Kinder die wir übergegrennen? Oder sind das ins andere? Hmm. Schlafende Pommes. Interessant. Oh. Schlafende Pommes. Die haben mich zuspringen. Wasservögel. Also wahrscheinlich Möwen. Gibt's hier jetzt? Ok. Da unten sieht's gefährlich aus. Da ist aber auch der Stern. Ups. Ich hab nicht mehr gewusst wie hoch man da springen. Haha. Das ist ein Problem. Na gut. Pschschuh. So. So, gut, jetzt aber schaut euch das an. Ja, wo ist einmal, wenn ich es einmal weiß, dann geht es natürlich. So, da kann man natürlich auch oben gehen, aber da ist halt nichts. Da rennt natürlich auch einen Burger im Wasser rum. Ja, das ging doch. I'm having a nice day at the beach. This is the most dangerous beach I've ever seen. This is the most exciting beach I've ever seen. Ja, so oder so. Get bad as I guess. Musi ist aber ein Wal. Eine Sache für sich, ne? So, okay, gibt es die Wal-Kisten? Ja, okay. Pommes, sorry, ich habe gerade keine Zeit. Ich habe keinen Hunger. Oh. Ach so. Das geht sich aber echt aus. Okay, na dann. Nur nicht stehen bleiben. I see you up there. Aber ich brauche den Stern zuerst. Oder habe ich den Stern schon? So, dann wahrscheinlich nur noch das aktivieren und dann passt. Habe ich den Stern schon? Ich bin ganz sehr verwirrt. Habe ich den Stern zuerst. Aber was soll denn sonst einen Stern sein? Pause. Okay, das ist nicht. So, aber ich sehe auch keinen Stern mehr, also nehme ich einfach mal stark an, dass ich ihn da schon genommen habe, oder dass es da einfach keinen gibt. Also, da gibt es nur so einen langen Anfang irgendwie, aber da scheint es auch nichts zu sein. Also, gut. This view is great, that's nice, but we've got one just like it at home. In the video game industry, they called it asset reuse. It's a clever way to save memory and cut down on development time. What's a video game industry? I have no idea. Na da. Lass jetzt das mal so stehen und versuche mein Kind zu retten, was da da rüben irgendwie ist, auf so einer einzelnen Insel. Nun gut. So, muss ich da rüber. Da ist ein Stern. Wahrscheinlich sollte ich da eher von oben hin, obwohl da muss ich ja auch wieder runter. Und dann... Ich weiß es noch nicht. Ach, da kann ich eine Kiste ins Wasser schieben. Ich sehe schon. So, hier auch, damit ich zu meinem Child komme. Und da drüben, damit ich zu dem Stern komme. Glaub ich. Steht das so weit aus dem Wasser? Ah ja, das ist kein tiefes Wasser. Ist es dann so schlimm, wenn ich da ins Wasser gehe? Da bin ich erinnert, bis zu meinem Wurzeln im Wasser. Puh, ähm, tja. Seht ihr das? So macht man das. Wenn mein Leben so müde ist. Danke schön, dass du hier bist. Hey, es ist gut, dass du auch hier bist, buddy. Ich bin so sunburned. Oh. Warum hast du so lange gedreht? Äh. Ich musste gegen einen Burger kämpfen. Das ist natürlich, ähm, Müfe und eine Pizza aus dem Wasser. Und da fliegt eine Pizza rum. Hm. Na gut, die Pizza aus dem Wasser würde ich nicht mehr essen. Das kannst du nicht essen. Eklig. Na gut, wenn es euch Spaß macht, hier rumzufliegen, kann ich euch wohl nicht davon abhalten, ihr Pizzen. Gut, ich habe keine Sterne auf dem Weg gesehen, ihr. Nee. Vielleicht gibt es da eine World Map oder Zoom, ist mal hindron. Did you see those little pizza guys? I did, yes. They are pretty great. They try to kill me. Pretty great. Äh. Okay, gut. Wie viel? Ich habe nicht gewusst, dass mich keine meine Kinder tot sehen wollen. Aber gut. Jetzt weiß ich's. So. Noch kein Sternensicht. Ich bin in einer ziemlich schlechten Position. Ich hätte noch eins weitergehen sollen. Okay. Ey, anders stehen. No. So, jetzt. Das schaut aber sehr gut aus. Jetzt passiert mir nichts. Bestimmt. Ja, klar. Darunter durch. Oh. Wow. Wow. Ich habe noch gar nicht gedacht. Oh, wieder so total zurückgekommen bin. So, da unten ist ein Stern. Ich sehe schon. Da muss ich einen komischen Labyrinth da unten lang latschen. Hui, hui. So, aber da gibt's ein Checkpoint. Finde ich gut. So, das sind jetzt der brüchlichen Dinger, oder? Kann man die Säge dann eigentlich nach, wenn das runterflickt? Nö, okay. Was nicht. Aber ich kann hier auch über der Säge stehen. Ich komme hier nicht mehr durch. Ah. 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 I get it. So. Ich wollte es mal probieren. Hat funktioniert. Ach, das Ding flückt ja nachher auf. Okay. Passt. Wir müssen noch nicht nach vorher noch nicht runterhauen. Jetzt den Checkpoint nehmen. Da wieder durch. Dankeschön. Pizza. Ist ja nicht von mir. Coole Flügel da übrigens. Also wirklich. 1, R sind die. So. Da kann hier stehen drauf. Ist ja kein Problem. Was ist da unten? Würde ich gerne wissen. Okay. Trampoline. Das ist okay. Okay. Da brauche ich gar kein Trampolin mehr. Aber ich nehme es natürlich trotzdem. Hey Dad. Ich schaue für Steakcucumber. Wie geht das? Nicht so gut. Ich habe noch keine gefunden. Oh well. Vielleicht ist es Zeit, zu Hause zu gehen. Aber Steakcucumber sind meine Passion. Zu Hause ist meine Passion. Das ist keine sehr gute Passion. Doch. Wenn ich schon. Also da kann ich Steakcumber nicht mehr nachvollziehen. So. Oh. Wir wollen gerillte Radisse noch mehr machen. Wie soll es sehen? Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Ich glaube, da muss ich passen. Okay. So weit, so gut. Jetzt haben wir hier auch noch ein Burger-Diode. Und noch mehr Feuer. So. Bis hierher müssen wir es geschafft haben. Mal. So. Stern habe ich noch nicht gesehen. Gucken wir mal. Wie es hier weiter geht. Okay. Alles klar. Käm mich aus. So. Die Stacheln fallen wahrscheinlich wieder runter. Da. Da. Gehen wir auf Nummer sicher, oder? Geht da eine Stachel will ich schon nicht. Oh. Ja, ständig kommt er nicht ganz rauf. So. Puh. Okay. Ganz schön krass hier alles. Okay. Das geht sich aus. So. Also der Burger ist mir auf jeden Fall lieber als Stachelnoben, denke ich. Okay. Hier gibt es Burger und Stachelnoben. Klasse. Ja, Doppelsprung ist eine blöde Idee. Habe ich gemerkt, nachdem ich einen Doppelsprung gemacht habe. So. Den Stern muss ich nochmal holen. Na gut. Oh, das war es dann. Ja. Da hat es genug Zeit, den Stern zu holen. Dann nüben wir das nochmal. Easy as that. Oh, das war knapp. Easy as that. Okay. So. A paar Stacheln sind schon mal weg. Alle Stacheln sind weg. Das ist toll. Super. Cool. I have no idea how I got up here. I'm not sure how we're going to get down either. Don't worry, we just sort of fly away at the end of every level. That's pretty handy. How does it even work? I have no idea. Also, what's the level? Again, no idea. I don't know what they're talking about, Alter. Das ist... Puh. Devil? Hä? Das ist real life, Alter. Da. Ein Radieschen-Radieschen-Fater geht auf einem... 8-Bitsch-Strand drum und rettet seine Kinder, die ausgebüxt sind. Warum kann ich da nicht springen? Schlecht gemacht. So. Okay. Der Level kommt mir ein bisschen bekannt vor. Ich glaube, den habe ich irgendwo schon mal gesehen. So. Okay. Okay. So, jetzt haben wir den Nürnbergren. Yes. Super. Jetzt ein Checkpoint. Ach, das gibt's auch. Oh. Ich bin glücklich, dass du nicht von diesen großen Spiky-Thingen hast. Danke, Junge. Das bedeutet wirklich viel für mich. Kein Problem. Ja. Hätte ich meinem Vater auch öfters sagen sollen. Kann ich immer noch. Ich rufe ihn dann gleich. So. Das will ich gleich nach auf jeden Fall. Ich werde sich bestimmt noch freuen. Wenn ich ihm das sag, So, warte mal. Darüber geht's nicht. Okay. Ich muss erstmal hier Schlüssel, damit das Ding aufgeht hier. Das ist sehr knapp. Ein bisschen ein Checkpoint. Ja gut. So richtig ist das nicht. Ach, dasselbe nochmal wieder fahren. Yeah. Und so ein gebranntes Adieschen. Sohn, Kind. Oh, hi Dad. What are you doing here? Looking for my stupid children mostly. Any luck finding them? Oh. Ja. Nicht die hellsten, wie gesagt. So. Okay. Muss ich mal gleich weiter. Das sollte aber kein Problem sein. Schlüssel. Oh. Ich merke gerade, das war nicht so klar. Okay. 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 Bei den Schlüssel komme ich auch nicht vorbei. So. Und hier fällt das wieder runter. Okay. Na dann los. Jetzt sind wir gleich schnell mit das Feuer. Das ist sehr gut. Das sollte uns eigentlich nicht erreichen können. Sternen, wie ich sehe. Aha. Sterne sind auf jeden Fall wichtiger als meine Kinder. Das muss natürlich klar sein. Dann. Ah. What a relaxing day at the beach. You are grounded. Huh? Huh? Oh, you are grounded. What? Forever. Ähm. Wie jetzt. Verdies im wachsenden Boden. Also grounded. Ich verstehe schon. Aber. Eh, gut. Ne, was gibt es nicht der Level? Machen wir mal eine kleine Pause. Ich glaube Daddy Spawn muss mal ein kleines Snicker hier machen. Dann können wir zur World Map zurück. Klar, das geht. Dann schauen wir uns die nochmal an. Bevor wir gehen. Hot Dog Strando Beach. Wo sind wir? Und dann gerade da oben. Okay. Ich glaube danach kommt sogar schon wieder ein Boss. Jetzt sind von 43 also insgesamt. Okay, verstehe. Hot Dog. Ja, das scheint schon ein Boss Level zu sein. Hm. Naja, egal. Oder machen wir den noch? Äh. Ja, doch. Machen wir den noch. Komm. Ja, schon dabei sind. Selbst als immer das so schön ausgeht hier mit einer halben Stunde. Aber ich sei hier gleich direkt da unten. Das habe ich nicht gewusst. Ja, stimmt. Beim letzten Boss mussten wir da auch da runter. Ja, stimmt, stimmt. Hi there. I'm Dadish. Have you seen my stupid children? I'm Hot Dog. Second Henchman to Lord Dornack. Your name is Hot Dog. Are you absolutely sure? I'm Hot Dog. Prepare to die. Hehehe. Okay Piraten Hot Dog. Der sind wie eine Pizza und nicht in die falsche Richtung schauen. Righto. So. Du jumpst rum. Okay. Das soll machbar sein und ich muss dich verwenden. Ja. Nice. Okay. 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 Ich schieße einfach immer und hoffe einfach, dass ich ihn erwische. Ich glaube da springt immer weiter. Kann das sein? Oh. Ich muss ihn öfters dreimal treffen. Das hätte ich vielleicht vorher wissen müssen. Ne? Das kann mir ja auch irgendjemand sagen. Das will ich verfehlen jetzt. Wahrscheinlich nicht nur einmal. So. Also nicht nur dreimal. Nicht vergessen. Verdammt. Zweimal bis jetzt. Verdammt. Das will ich in Dauern. Ja. Das sieht gut aus. Oh. Oh. Es spannt so ziemlich weit. Okay. Viermal. Na dann hätte ich ihn ja noch einmal. Bounce. 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 Sorry Hot Dog. Oh. Das sieht lecker aus wenn dir das hilft. So. Hi. Yay. You defeated Hot Dog. So. That really was his name. Yeah. His parents had a weird sense of humor. Parents are so weird. Watch it. Ach ja. Eltern, ne? Man kennt's. Weltra. Montau Mountain. Tja. Geschieht direkt, Pommes. Wollt ihr es mir ja auch erledigen, glaub ich. Oh. Dann gehen wir jetzt auf die World Map zurück. Wollen mich hinterher sehen, wie ihr aufschaut hier. Mit Schnee und so. Ah ja. Cute. Montau Mountain. 14 von 43. Das heißt, wir müssen noch ungefähr 2 mal so viel machen wie wir es jetzt gemacht haben. Nicht ganz. Aber egal. Schauen wir mal. Ich hoffe ihr hattet Spaß bei diesem Part hier. Und wenn ja, würde ich mich natürlich über Like und Kommentar freuen. Ansonsten, was ist das mal mit der Folge. Und ich bin raus. Dankeschön und Tschüssi. 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 Untertitelung des ZDF, 2020